Ja, Gregor Kobel, wie ist so ein 2 zu 5 zu Hause gegen Leverkusen zu erklären? In dem, was wir genau das gemacht haben, wo wir die ganze Woche gesagt haben, müssen wir aufpassen. Wir haben gewusst, dass sie sehr schnell im Umstand sind, dass wenn wir Bälle verlieren, dass sie gefährlich sind, dass sie viel Tempo haben. Und ich glaube, heute gab es einfach so viele Situationen, wo sie da gekontert haben, nochmal reingespielt haben, frei vor mir aufgetaucht sind. Auch der Freistoß ist genauso entstanden durch so eine Situation. Ich glaube, es gab noch gefühlt 10 andere Situationen, wo sie es vielleicht nicht so gut ausgespielt haben, wo man auch treffen kann. Das ist einfach in dem Ding genau zu wenig gewesen. Genau das, was wir die ganze Woche auch gesagt haben, auf das müssen wir aufpassen. Aber wie kann sowas passieren? Ich meine, Marco Rose hat auch gesagt, wir hatten mal zwei Wochen Zeit, wir konnten trainieren, wir haben an Zweikämpfen gearbeitet. Wir haben an allem gearbeitet und dann macht man so ein Spiel. Das ist frustrierend, oder? Ja, natürlich ist es frustrierend. Ja, was soll ich da sagen? Ich stehe hinten drin. Ja, wie gesagt, wir sind eine Mannschaft. Wir sind eine Mannschaft. Das ist, ja, das ist, wir gewinnen zusammen, verlieren zusammen. Aber, ja, heute haben wir zusammen nicht das auf den Platz gebracht, wo wir müssen. Aber was ist jetzt wichtig in der Aufarbeitung? Also, solche Situationen gab es ja jetzt diese Saison auch schon öfter, dass man wieder gesagt hat, ja, wir sind eigentlich gut dran und wir sind gut drauf, wir haben gut trainiert, alles ist top. Und dann kommt so eine Leistung. Also, was muss passieren? Es muss passieren, dass wir es mal hinkriegen, nicht immer nur zwei, drei Spiele gut zu machen, sondern dann wieder eins schlecht, sondern einfach mal durchzuziehen. Ich glaube, darüber reden wir auch schon öfters. Ja, ich kann es jetzt nicht sagen. Ich bin sicher super genervt jetzt nach dem Spiel, das ist klar. Wenn man fünf Dinge zu Hause hier kriegt, ja, gibt es sicher schönere Sachen. Und ich muss sagen, ja, natürlich ist es super enttäuscht als ganze Mannschaft. Ich glaube, wie schon gesagt, das Thema, was wirklich heute gefehlt hat, war genau das, wo wir uns vorbereitet haben drauf. Genau da, wo sie stark sind. Und das haben sie heute brutal stark ausgespielt. Sie waren gefährlich, sind immer wieder gefährliche Situationen gekommen. Und, ja, so haben sie am Ende die Tore geschossen und so wurden sie immer wieder gefährlich. Und das darf uns natürlich so nicht...